Heute ist der 17. Dezember 2022 und herzlich willkommen zum Unser-Sammler-Team Adventskalender. Heute öffnen wir das 17. Überraschungsei hier auf dem Kanal. Ich wünsche euch ganz viel Freude dabei und es geht gleich los. Amen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Heute wieder. Morgen ist dann der 4. Advent und schon der 18. Dezember. Und natürlich wird dann auch hier wieder ein Überraschungsei im Adventskalender 2022 geöffnet. Seid also morgen am 4. Advent dabei. Es wieder heißt, der Unser-Sammler-Team Adventskalender 2022. Bis dahin, alles Liebe, euer Stefan.